Ein wunderschönen Hakuna und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiten Runde. Arg, Muchachos. Wir schauen durchs Fenster und sehen einen neuen Hausbewohner. Hallöchen Deko, kommt mal hier in wo ich bin und kommt mal durchs Fenster. Welches Fenster? Achso. Ist das unser Terzi? Nein, das ist ein Random Terzi, der hier untergefallen ist. Hallo. Oh oh. Ja, Hallöchen Deko erstmal, den können wir ja gleich wegschlagen. Einen wunderschönen guten Rice-Woo-Chachos. Der Bizeps, er ist da. Nütze sind poliert, schön zu viel Anschalt zu Rainbow Six Siege. Entschuldigung. Arg. Und ich will mich ganz kurz bei euch in aller Form entschuldigen, dass ich den Baby T-Rex leveltechnisch falsch eingeordnet habe. Für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ja, Deko darf mich nie wieder wegen meinen Y-Augen fronten. Ich lese das Kommentar mal nicht vor. Ist der, ist der, ist der, ist der tot oder? Wer ist tot? Hab ich den? Okay. Wer ist tot? Der ist tot, gut. Der Terzi, hast du gerade umgebracht oder wie? Ja. Hä, ist der jetzt tot oder ist er nicht tot? Der Terzi ist nicht tot. Nee, warum sollte er tot sein? Ja, weil ich ihn gerade angeschossen habe mit der Armbrust in die Fresse. Und, ist er jetzt tot oder wie? Aber es hörte sich so an, als wäre er ohnmächtig geworden. Okay, nee, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hatten wir einige viele Kommentare, die dann gesagt haben, Deko, ich weiß nicht, was für Y-Augen du hast. Unser Cutter, ja, dem ist auch nicht aufgefallen. Weil Deko, Deko bringt die Sachen auch immer so rüber, als wenn sie wirklich so wären. Also, du hast da irgendwie, du hast so einen Bullshit-Filter. Man glaubt dir einfach immer. Egal, was du sagst. Also, das ist deine Macht, Deko. Das ist deine Macht. Übrigens auch... Okay, Muchachos, Marvin hat einen komischen Fetisch, bei dem er Fürze aus Tüten riecht, während er sie herunterholt. Okay, Deko ist wieder in der GTA-Folge gefangen, die demnächst kommen wird, Muchachos. Ja, freut euch drauf. Ich dachte, die Zuschauer bei ARK wären vielleicht etwas anders drauf. Aber schön, Deko, dass du wieder alles weiß. Also, ich möchte bitte auch nochmal auf einen Kommentar eingehen. Ja, der gute Thomas hat nämlich gesagt, Deko, du hast nicht versucht, den AG beim Tame zu tracken, sondern du hast die ganze Zeit nur einen Wegpunkt gesetzt. Zum Tracken musst du einfach nur auf den Dino drücken. Die Nachricht mit den zu vielen Wegpunkten kam daher, dass du nicht an einer Stelle mehrere Wegpunkte setzen kannst. Du kannst noch viel mehr Dinos tracken, nämlich. Ich habe ungefähr 12 Trilliarden mal einfach nur auf das Bild von dem Dino geklickt. Er wurde nicht getrackt. Aber, Dankeschön. Das ist, also, ja, Dankeschön für das qualifizierte Kommentar. Und, Dankeschön, dass ich weiß, dass es doch funktionieren sollte, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe das ja 13.000 Mal versucht mit draufklicken. Also, Deko sagt, es hat nicht funktioniert. Und erst nachdem draufklicken, nicht funktioniert, by the way, erst danach habe ich angefangen, diese komischen Symbole da unten dran drauf zu klicken, bevor ich nicht wusste, was die machen sollen. Weil das einfach der andere Kram nicht funktioniert hat. Aber gut. Also, es hätte so gehen sollen, theoretisch. Auf die Kommentare, auf die wir reagieren können. Ja. Ich würde sagen, ich baue noch ein bisschen weiter. Ja, ich müsste auch weiter bauen. Wir haben noch, OMT hat noch geschrieben, Vorschlag fürs Bauen. Ich fände Marvins Idee mit den Treppen zum nächsten Stockwerk echt geil. Sieht hammermäßig aus da im Eck. Ihr könnt euch ja die Stockwerke versetzt machen. Also, er meinte hier, diese Ecke hier. Digga, hier ist ja der Terz. Guck dir an, welche Dämonenkralle hier rausguckt, ey. Guck, guck dir mal hin. Hä? Oh, Alter. Digga, richtige Dämonenkralle. Jetzt bist du da drin gefangen, ey. Die Wendeltreppe, die Runde, nach oben, von hier aus? Ja, hat einer geschrieben, dass er das feiert. Okay, wir können es mal testen, wie das geht. Weil ich weiß halt nicht, wie gut die Treppen funktionieren, wenn du wirklich zwölf Stockwerke nach oben gehen musst damit. Ja. Weil die ja doch schon sehr eng rumgehen. Ja. Naja, müsste ich mal testen. Kann ich mal bauen? Testen wir mal. Falls wir genug Rohstoffe haben, was wir wahrscheinlich nicht haben. Ja, da sind wir nämlich schon ordentlich broke wieder, Mouchage. Wir müssen demnächst höchstwahrscheinlich mal wieder losziehen für ein paar Sachen. Aber, bevor wir da unten weitermachen, muss ich ja meinen eigenen Kram auch irgendwie mal wieder erledigen. Deko, du kannst ja dein Kram machen. Ich mache hier wieder mein Kram. Ja, wir haben, by the way, mittlerweile genug Metallwaren für den Industriezerkleinerer. Never. Haben wir? Ja, also wir haben jetzt gerade 1.800, 3.000 Metallwaren. Oh, aber ich glaube, ein paar Sachen fehlen doch noch, oder? Also sowas wie Öl, Polymer. Also es fehlt noch einiges. Dankeschön übrigens für den Tipp. Die Leute meinen oben links, Deko, bei den kleinen Inseln. Okay, es fehlen noch 150 Metallwaren. Ja, was? Bei den kleinen Inseln, dort soll es Pinguine geben. Oben links. Ja. Da, wo du schon fast warst, wo so viele Inseln sind. Ich würde sagen, da war ich noch gar nicht. Da war ich fast. Dann fliege ich nochmal los, oder? Ja, oder wir bauen uns selber Polymer, ne? Ich weiß ja nicht mehr, was man dafür braucht. Ich wurde übrigens dafür ausgelassen. Ach, 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 ach. Ich wurde dafür ausgelassen. Ach, ach. Ich habe jetzt Arabisch gelernt. Ich wurde dafür ausgelacht, dass ich dachte, Polymer bedarf Electronics. Brudi, hauptsache so. Ich rate hier so ein bisschen. Die Leute machen sich gleich über mich lustig. Vielen, vielen Dank, Bucacios. Kuss. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich habe hier richtig zwei Obsidian und zwei Zement. Obsidian. Geht aber, also Obsidian haben wir oben auf dem Berg. Das geht echt, ne? Zement ist halt ein bisschen scheiße herzustellen. Also ich dachte, das wäre viel, viel teurer. Aber dann geh doch mal mit. Ach nee, der Froggy ist da hinten. Oder zähm dir hier einen neuen Frosch im Sumpf. Genau, du kannst dir einen neuen Frosch zähmen. Was hältst du davon? Was für einen neuen Frosch zähmen, Digga? Ich suche einfach einen Bucadam. Ja, oder das? Und mir wurde auch noch gesagt, ich habe ja hier versucht, so ein bisschen so Fence Foundation zu bauen. Ja, das geht nicht, weil man dafür einfach nur wohl eine, ich weiß gar nicht, wie ein Lachs heißt. Was hat der gesagt? So ein Balkon. Auf jeden Fall sollte es den auch hier irgendwie in der Nähe geben. Wurde Fence Foundation war es nicht. Balkon, Geländer, Railing heißt es so. Geländer, genau, einfach nur Geländer, genau. Railway. Railway ist wieder was anderes, das ist Zug. Railing. Railing? Dankeschön, das hier ist es nämlich höchstwahrscheinlich. Railing, nicht zu verwechseln mit Rimming. Digga, warum? Digga, warum, ey? Digga, weil ich einfach ein geiler Typ bin, Alter. Ich kenne den du mal von seinen Muchachos. Ja, ihr habt wieder der eine oder andere, ich habe euch gesehen mit dem Schmunzeln im Gesicht. Ja, ja. Ich habe euch erwischt, ihr kleinen Perversen. Falls ihr nicht wisst, was das ist, lasst es. Googelt das nicht, ja? Googelt das am besten nicht. Oder doch, riskiert eine Google-Bildersuche. Kein Kommentar, Muchachos. Absolut kein Kommentar. Alter, Natsu! Digga, Natsu erst mal hier die Regler nach oben geschoben, Alter des Todes. Dankeschön. Du hast deinen Kater unter Kontrolle, habe ich schon häufiger mal gemerkt. Ich habe, der Kater ist komplett unter Kontrolle. Digga, wenn du eine Sache nicht unter Kontrolle hast, dann ist es dein Katzen-Life, ey, auf jeden Fall. Alter! Die Katzen sind super. Das Wetter. Ihm ist wieder super. Deutsches Wetter, man kennt ihn, Muchachos. Grau und Grau, Regen. Ey, also jetzt gerade ist das Wetter echt unfassbar. Also jetzt fängt übrigens auch wieder die Jahreszeit an, wo ich Marvin nicht beneide, dass er einen Hund hat. Egal, wenn ich jetzt die ganze Zeit zweimal am Tag irgendwie eine Stunde mit dem Hund rausgehen müsste, bei dem Wetter irgendwie drei Graben und Regen und so, Alter. Gar keinen Bock, ey, würde mich schon richtig belasten, ey. Ja, danke. Wollte ich mal loswerden. Neun, kann ich das irgendwie... Ah, so sieht das jetzt aus. Ah, danke, Muchachos. Also, hätte ich echt selber drauf kommen können, aber ja. Hätte, hätte, Fahrradkette, ne, man kennt ihn. Also ich bin jetzt wieder im Sumpf angekommen eigentlich. Ja, holst du jetzt einen Frosch, oder? Ich könnte hier im Sumpf einfach einen Frosch tämen, da springen gerade drei Stück vor mir rum. Ich glaube, das gehört zum Schmidt. Lieber, ähm, Biber damit suchen. By the way, es gibt eine Mod, oder so, T-Rex. Es gibt eine Mod, mit dem kann man, ähm, Inventories mitnehmen. Also so Boxen von Dinos, die aber auf dem Boden liegen. Oder die noch im Dino drin sind quasi, wenn er noch nicht ganz abgebaut wurde. Oder halt auch die Biberdämme. Erzähl mir mal. Einfach im Vorbeilaufen einpacken mitnehmen. Ja, dann bist du aber komplett overweight innerhalb von einer Sekunde. Wenn du zu schwach bist, dann ja. Ja. Aber schon tut's. Okay. Also ist halt eine Mod, ne? Ja, gut. Also haben ist besser als brauchen, ne? Ist immer so mein Ding. Digga, hier ist einfach nicht ein einziger motherfucking Biberdämme. Dann zähmen die einen Frosch und kümmern dich selber darum. Ich fliege jetzt auch ein bisschen weiter hin den Fluss lang. Und wenn nicht, dann weiß ich ja hier am Ende des Flusses, da waren mehrere Biber, dann tippe ich einen. Wobei habe ich Narku Arrows dabei, ja. Ja, der Rest sollte ja kein Problem sein. Wie hoch soll ich den Turm eigentlich machen? Hast du dann einen Traum? Digga, ist doch dein Lachs da. Ja, ich dachte, wir machen da so einen richtig geilen Turm, wo du einfach super schöne Aussicht über ganz arg The Center hast. Ist das nicht eine geile Idee? Ja, danach. Ja, die Frage ist nur, wie groß? Wie ist das hier? Und dann brauchen wir irgendwann wahrscheinlich auch noch einen Fahrstuhl. Äh, ja, Fahrstuhl kommen wir halt erst später hin, ne? Das ist halt das Ding mit dem Metalllachs-Zeug. Leider. Wobei wir irgendwann mittlerweile schon einen Fabricator haben, ne? Das ist ja schon mal ein Schritt in die Richtung. Es geht in die richtige Richtung, ja. Alter, was ist das für ein Fisch? Ein Salmon wahrscheinlich. Digga, ist einfach ein Salmon. Aber ein großer, wahrscheinlich 3,2 oder so, ne? Aber Sabertooth Salmon, 2,6. Das sind die anderen auch Sabertooth Salmon? Digga, der ist einfach riesig, Alter. Der ist größer als ich. Schau dir mal an. Der ist dreimal so groß wie ich. Ich hatte übrigens in den letzten Aufnahmen starke Probleme mit Abstürzen. Jetzt habe ich wieder zurückgepatcht und bisher alles Cello, alles Vanillomuchachos. By the way, muchachos, damit ihr Bescheid wisst, Patch-Version vom NVIDIA-Kartentreiber 537.13. Könnt ihr einfach mal googlen, NVIDIA-Treiber-Archiv, falls ihr bei Arc von Abstürzen geplagt seid und euch die alte Version wieder runterladen, installieren. Es läuft auch mit uns ansonsten an. Also ich habe auch schon Call of Duty gezockt, das neue und sowas. Das geht auch. Ich habe jetzt nicht lange gezockt, deswegen weiß ich, ob Abstürze theoretisch vorkommen können. Aber so eine halbe Stunde ging es klar. Oh, da ist Spino. Okay, aber komplett keine Biber hier. Ich checke jetzt den Spino ab. Was der für ein Level ist? Level 15? Nein. Dann habe ich hier einen blauen Drop mit orangenem Kringel drum. Den hole ich noch und dann gehe ich zurück und hole mir einen Frosch. Nice, Digga. Da warte ich doch die ganze Zeit drauf. Froggy, Froggy, Frog, Frog. So, komm. Gib mir Bauplan für Brustpanzer. Ich bekomme Essen, Pfeile, noch mehr Essen und seltene Blumen. Dankeschön. Einmal das ganze Programm, bitte. Gut, dass der Job selten war. Sonst noch irgendwas Jobmäßiges, was sich lohnt? Nicht sowas. Den Last Death hier aufhören zu tracken. Ja. Okay, und ich werde natürlich auch gleich, wenn wir den Biber, sage ich schon, den Frosch tamen. Einmal abchecken. Nochmal mit dem, ähm, mit dem tracken. Ja, aber auch, wenn ich versuche, einen High-Level-Frosch zu tamen. Mal gucken. Ich habe da gerade schon drei Stück rumschwimmen sehen am Anfang vom Sumpf. Ja. Äh, vielleicht habe ich ja Glück und einer davon ist irgendwie Level 100+. Digga, das frisst aber auch wirklich Zeit, ey. Leg mich, ey. Sich hier noch oben zu werkeln und so weit oben bin ich noch gar nicht. Scheiße, ey. Ach, das wäre einfacher, muss ich sagen. Ja, vor allem verbrauchst du mega viele Rohstoffe dafür. Was heißt hier verschwenden? Ich habe gesagt, verbrauchrennen, du Ficknacken. Aber es hört sich so an, als würde ich sie verschwenden. Ja, tust du auch. Das war auch nicht, was ich sagen wollte. Wieser Chaco, ey. Das war nicht, was ich gesagt habe. Das war, was ich ausdrücken wollte. Ah, jetzt hier nochmal ein bisschen. Die ganzen Steinsachen, die ich da bauen muss, aber die kosten mega viel Rohstoffe. Und er braucht das ganze Holz für seinen Kack da. Was heißt hier Kack, Digga? Ja, schon. Boah, ich bin jetzt schon sehr weit oben. Boah, das sieht aber auch cool aus, ey. Okay, erster Frosch in Froschgrün. Aber da muss noch mehr. Level 25, nee. Froschgrün, aber ist doch gut. Froschgrün ist gut, aber der 25 nicht. Na, das stimmt. Next Frog, Level 30. Kann man mitnehmen. Aber nur, wenn es sein muss. Ich bin hier so ein bisschen zu nah am Ball. Da kamen schon Kaprosachos angefickt, ey. Boah, die sind wie immer die Dinger. So, ich schmeiß den ganzen Bums erstmal wieder rein. Der ist unter Wasser, der Frosch. So, wir gucken uns mal eben den Turm von der Seite aus an. Ob der schon irgendwie was hergibt. Ja, 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 ja. Muss ich sagen, der hat schon was, aber... Der ist echt noch zu klein. Let's what she said. Das sieht irgendwie schon ziemlich cool aus. Das war der von gerade. Aber ja, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Länge rein. Aber da machen wir oben... Let's what she said. ...da nochmal so einen richtig schönen Ausguck. Das wird nice. Ich hätte gerne das gemoddete Spyglass. Damit du sehen kannst, was für Werte die haben. Ist auch gar nicht so blöd eigentlich. Ne, auch damit ich besser... ...besser Spyglassen kann. Ah, Boni. Ja, Digga, hier ist ein richtig sumpfiges Wasser, Alter. Da ist der Frosch. Der bis 70. Alter, nimm, nimm, nimm. Der bis 70 ist okay, oder? Und ich hätte sogar... Kaprosachos, Kaprosachosangriff. Kann sein, dass du den Prime Jürgen hast. Oh, ich... Ich glaube, ich werde dich überraschen. Wo ist jetzt der Frosch hier, Alter? Boah, wo ist denn der Lachs? Und denn hier? Wenn ich einmal anschießen, dass er herkommt, dann wird er gebohlt, wenn er aus dem Wasser ist. Und dann kriege ich den. Die Frage ist, wo ist er hin? Nice! Ich habe nämlich eine Sache auch noch gesehen in den Kommentaren, ja? Würde ich mal gerne auslesen. Level 70 ist okay, ne? Level 70 ist geil, Digga. Das ist jetzt... Der andere war gerade so, glaube ich, auch Level 70, habe ich gesagt, ne? Ja, passt schon. Das ist das Gleiche, aber... Nein, fick dich! Ey, jetzt habe ich gerade einen scheiß Frosch geholt. Jetzt fickt mich hier schon wieder so ein Kaprosachos, der mich im Mund trägt an, Alter. Stirb, du Bastard! Ja, das habe ich vermisst, irgendwie. War viel zu lange wieder friedlich. Ich glaube, wie lange haben wir gerade... Fünf Minuten? Nein! Agi! Der Agi fickt den Frosch tot. Sehr schön, Deko. Gute Vorbereitung wieder an der Stelle. Was wir ja auch mal gesagt haben. Also so gut vorbereitet sein kann wirklich nur Deko. Das ist immer wieder schön zu hören. Aber der Frosch ist tot. Jetzt ist er tot. Perfekt. Ja, geil. Deko, hast du gut gemacht. Geil. Also welch der denn? Ja, Agi erstmal auf Passive. Jetzt... Bisschen spät, ne? Ja, besser als gar nicht, oder? Wie, besser als gar nicht? Ja, soll ich ihn auf aggressiv lassen, oder was? Nee. Das wäre schon schön, wenn du aus deinen Fehlern lernst, ja. Aber die... Ob ich sage, ich stelle ihn auf Passive weiter. Aber du musst die Fehler immer... Ich kann auch nicht jede Folge neu machen. Du hast keinen Speichern. Ja, das ist ein neu getehmter Agi. Der war noch nicht auf Passive gestellt. So, wir machen das richtig hübsch, Deko. Du kannst hier gleich was einweihen. Jetzt wieder ein scheiß Frosch. Welch Löffel bist du? Schön. Richtig Stroh-mäßig. Damit es so Billo-mäßig aussieht. Geil. Aber dich müssen wir auch mal kurz hier wegwerfen. 30. Jetzt kommen hier Piranhas an. Ah, das gefällt mir. Aber wir brauchen noch was anderes. Ah, ich hoffe, dass... Gibt es hier so ein S-Plus-Shit? S-Plus-Shit würde ich richtig feiern. Gucken wir mal eben. Oder RK-Plus heißt das jetzt, ja. Ah, gibt es leider nicht. Okay, die Standfackel müssen wir weiter befeuern leider. Scheinbar. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Da gab es auf jeden Fall eine eigene Mod für. Ja. Das wird richtig schön hier. Nee, nicht Optionen. Verhalten. Folgeabstand. Hoch. Hm. Wenn ich da jetzt Feuer reinbrezel. Ey, meine Holz reinbrezel. Kriegen wir ja automatisch auch noch Kohle daraus. Also eigentlich, was ich hier gerade mache, ist nachhaltig. Zumindest nicht schlecht. Wer will 10 Frosch? Scheiße, jetzt muss ich, dass wir einen richtigen Frosch finden. Ah, geil, Alter. Gefällt mir. Okay, kann ich da noch irgendwas anderes machen? Wir schauen mal eben. Ja, das geht. Kann ich auch das bauen? Nicht zu viel verraten hier. Nee, das war falsch. Komm, schauen wir, finde ich jetzt einen guten Frosch. Eigentlich nur im Sumpfgebiet. Kann ich das nicht größer machen? Shit, ey. Das passt schon. Okay, es wird langsam dunkel leider. Das heißt, ich werde mir mal wieder eine Fackel craften. Und diese Fackel können wir ja dank euch, mit Schalsschuss, Kuss geht raus, für die ganzen Tipps. Können wir uns einfach an den Gürtel klemmen. Dann habe ich das Problem nicht. Halt mal hier. Da bin ich 130 Titan Bohr bei mir gerade. Oh, jetzt habe ich so eine Taschenlampe hier die ganze Zeit. Obergeil. Muss sie nicht in der Hand behalten. So, okay. Das haben wir geregelt. Das haben wir jetzt auch geklärt. Finde ich, sieht super geil aus. Und da wollen wir gleich noch eine Sache testen. Und dafür brauche ich jetzt erstmal richtig, richtig viel Fleisch. Wirst schon mal ein bisschen hier jagen gehen. Meinst du mit dem Agi ein bisschen jagen? Ja, ne? Ich habe bestimmt... Oh, nein. Mikroraptor. Versuch's. Ich wollte gerade sagen, versuch's mit einer Fackel. Aber ich glaube, das bringt nichts. Das war ein Tod uns. Ja. Mikroraptor tot. Immer noch so eine scheiß Libelle an meinem Sackloch, Alter. Okay. Ja, los. Friss. Zwei Minuten Ruhe. Das ist wahrscheinlich meine Zehnfrau Schnur. Meinst du, soll uns hier noch so eine Schildkröte zähmen für zukünftige Raid-Bases? Wenn, dann, dann Stigo. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall einen krassen Stigo-Sattel. Ich bin mir nicht sicher, ob wir einen krassen Schildkröten-Sattel haben. Oh, Digga, 135? Boah. Ich will gleich mal schauen. Vielleicht würde ich doch lieber mit dem Agi-Bus ziehen. Ich sehe, wie das Baby ist, ey. Ich muss hier auf dem Boden mit dem Sumpf ist ein bisschen jusky. Digga, ich hätte einfach gerade schon Level 70 Frosch haben, ne? Ich weiß, es ist auch nicht Level 100 Plus gewesen, aber immerhin. Oh nein. Oh. Ich dachte schon, aber es ist trotzdem ein... Digga, das hältst du aus. Digga, wie viele Babys. Digga, Level 15 Baby. Du bist Schmutz. Ich will dich nicht haben. Aber wenn ich hier 135 habe. Sag mal, was bist du da? Level 135, Digga. Alter. 135 was? Schildkröte. Baby? Ja, nehme ich, Digga. 135, Alter. Ninja. Ninja. Was ist das Werte? Keine Ahnung. So, du wirst jetzt erstmal gefüttert. Aber haben ist besser als brauchen, man kennt ihn. Und das andere Baby kann ich auseinandernehmen. Obergeil. So, den Para kann ich auch nochmal kurz umbringen. Das sind wieder diese Laune, die Frösche. Oh. So, Ninja, folgt mir mal. Ich habe dir jetzt erstmal Ninja genannt. Bitte coole Vorschläge in die Kommentare, Brezel. Dankeschön. Der wird auch immer größer. Ninja für eine Schildkröte. Ja. Wegen Ninja Turtles, weißt du. Erstmal. Was war das? Ich habe da angegriffen, Alter. Hier nach unten reinfallen, bitte. Kriegst du es hin? Ich kann ihn einfach tragen, ne? Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Oh, drei Frösche unter mir. 15. 50. Ach, kann ich gar nicht tragen. Heftig, ey. Ja, 50 würde im Notfall auch gehen, ne? Auf 15. Wo war der andere? Da. 15. Scheiße. Da ist noch einer. Der ist gerade ein richtiges Froschliebesnest hier, Alter. Mal rüber hier. Hä, springen die wirklich nicht mehr irgendwelche Sachen runter? Was ist denn los mit denen? Der sucht jetzt wirklich einen besseren Weg. Krass, ey. Also, da haben sie echt ordentlich was geändert. Bin jetzt hier runter. Komm. Show me what you got. Jetzt lassen mich die Frösche hier abchecken. Fall runter. Und noch einen runter. Dankeschön. Und da kann es eigentlich erstmal draufbleiben. Ja, ich glaube, das passt. So, was wir auch noch brauchen, damit wir alle Dinos hier vielleicht mal mit Nahrung befüttern können, ein Futtertrog. Jetzt ist ein Futtertrog. 15 Frosch, Futtertrog. Ja, wäre leichter. Gibt es denn gar nicht hier? Wo kann ich den Bums denn herstellen? Futter? Wie heißt denn der Lachs? Der ist nicht tot. Futter? Nee, gibt es gar nicht. Oh, wie heißt denn der? Einfach nur Trog? Rudi. Wo ist er? Eigentlich Trog. Ich weiß nicht genau, wie das englische Wort war. Feeding, Feeding Trog oder so. Feeding, ja, oder sogar K+. Oh, oh, oh. Äh. Aha. Mache ich. Da war ja nicht irgendwo ein 50er Frosch. Oh ja, ich glaube, der hat eine geile Reichweite jetzt. Natürlich geil, wenn wir mit einem Trog oben und unten füttern könnten, ne? Das wäre schon sehr, sehr lecker, ja. Das könnte ein bisschen zu zu viel verlangt sein. Na, passiert da irgendwas? Da passiert gar nichts. Haben wir noch Beeren? Yeah, Baby, Beeren haben wir auch. Das ist nur ein Stein. Da brauchen wir nur noch Fisch. 35. Wenn du Fisch mitbringen kannst, wäre das sehr, sehr nice. Fisch könnte ich, warte mal, vielleicht habe ich sogar schon was. 20 gebratenen Fisch, aber ich kann bestimmt was aus dem Sofa nehmen, ja. Ja, das wäre nice. Ich frage den Krokodilen auch, äh, Fisch? Ich glaube nicht, aber ohne Gewehr. Oh fuck, alter, scheiße, nein. Ach, ich habe einen Blutegel in meinem Argen. Digga, da kamen gerade wieder zwölf Blutegel auf einmal angeschwommen, aber in so einer richtigen Line aufgereiht, ey. So, ich werde jetzt eine Sache testen, ganz, ganz wichtig. Fleisch ist drin und jetzt machen wir das und jetzt machen wir, ähm, oh, jetzt müssen wir nur noch, wie kann ich denn jetzt scheißen gehen, Brudi? Das funktioniert ja bei uns nicht. Ich bleibe so lange auf dem Scheißhaus, bis ich da rein kacke. Vorher vielleicht mal ganz viel essen hier. Mh, mh, lecker, lecker. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Walsch Level 20. So wie in echt bei mir. Auf dem Scheißhaus. Das ist, äh, Real Talk, by the way. Der will 10, Digga, kann doch nicht wahr sein hier, Alter. Nein! Fickt euch! Nein! Ich, ah! Ja? Kommt wieder einfach eine Armee von Blutegeln angeschwommen, Alter. Ich glaube, es sind schon wieder vier oder fünf an meinem Argi dran. Übrigens, Koten kann ich nicht, ja. Es gibt ja eigentlich einen Shortcut für Koten, aber der funktioniert nicht. Haben wir ganz am Anfang mal getestet. Ja. Vielleicht irgendwann anders. Zu viele Blutegel in diesem Moloch hier, ey. Muss man meine Hose ausziehen, vielleicht macht er dann kacke. So, ich teste jetzt mal. Ich glaube aber, Sarko gab keinen Fisch. Sarko kein Fisch, nee. Ich glaube, von Capo Sarkos gab es Fisch. Digga, ich esse auf dem Scheißhaus. Hast du schon mal auf dem Scheißhaus gegessen? Ich glaube nicht, das finde ich es ecklich. Es wäre irgendwie random, oder? Finde ich auch. Aber ich esse und esse und esse und ich muss nicht kacken. Digga, kack doch endlich. Wenn ich gleich aufstehe und dann scheiße ich, dann ist es wie Deko im Real Life. Wir lassen es erst mal. Vielleicht muss ich meine Kacke dann aufsammeln. Wir testen. Wir testen gleich mal. Wenn du keine Kontrolle über dein Schließmuskel hast. Okay. Dankeschön für diese Info. Kann ich für. Oh, hier brauchen wir wieder ein bisschen Holz. Hier war der Frosche gerade. 85 kann das sein. 55. Okay, das wäre okay. Hast du eigentlich vor, die Folge auch noch produktiv zu sein, oder? Also bisher hast du noch nichts gemacht, oder? Hast du bisher gemacht? Gut, ich habe Viecher getötet. Einen Job gelootet. Okay. Ah, okay. Und ich suche nach Fröschen. Ich habe auch viele Frösche umgebracht. Also ich sorge dafür, dass die Neu-Sporn vielleicht ein höheres Level kriegen. Also 55 ist jetzt der höchste, den ich hier sehe. 999 noch mal durchballern. Scheißviecher, ey. 148 noch mal durchballern. Alter, das, das, das funktioniert. Alter, das ist ziemlich lang schon dunkel. Aber ich würde jetzt noch mal nach oben gehen und auch mal ein bisschen Holz organisieren. Mehr Holz. Ihr 25er, ich hole jetzt einfach den 55er und bitte zu buchen, glaube ich, ja. Dürft es bei dir, wie gesagt, auch noch sehr, sehr viel, was war denn das? Primitarm. Ich habe Primitarm. Alla don't know. Ja. Es geht hier gar nicht. Ja, die Kapo-Sachos gab auch keinen Fisch. Ich dachte, Kapo-Sachos muss man so den Fisch geben. Ja, klatsche jetzt ein paar Salmons, ein paar Piranhas und dann alles easy. Also ich muss wirklich sagen, ich fühle mich ein bisschen unproduktiv. Ja, also so denke ich aber schon seit Folge 2, also. Muss er gerade sagen, Alter. Was hast du Produktives gemacht in der Folge, wo wir im Winterbiom waren? Da wollte ich den 120er T-Rex zu porten. Ja. Ja, und davor warst du auch im Winterbiom was nicht gemacht. Doch, bestimmt habe ich irgendwas gemacht. Ist auch schon wieder ein bisschen her, ne? Und hier mit alten Kamellen, ey. Dacht er, der mit Folge 2 ankommt, ey. Ich sage ja nur, dass es seitdem so ist. Hat sich ja nichts geändert. Und mit alten Kamellen dann. Seid ja gut. Hast du jetzt eigentlich... Ich höre schon wieder so einen Blutegel kriechen hier, Alter. Fick dich. Hast du jetzt eigentlich raus, wie diese ganzen Wegmarkierungs und Dino-Markierungen funktionieren? Ne. Okay. Hätte man auch keinen Bild zu Bufo hier gedownt, dass ich mir wieder nachgucken könnte. Hier ist wieder... Oh! Hier springen gerade sechs Bild zu Bufos rum oder so. Da ist schon wieder ein Dreckiger... Blutegel, verpiss dich. Level 80. 80 ist schon mal gut. Alter, 80 ist geil, Mann. Jetzt verkack es mich. Verkack es mich. Noch ein Level 80. Wir haben noch einer. Brauchst du die Flinte? Ich habe ja auch die Flinte mit den Darts. Ist das damit besser? Du hast ja wahrscheinlich einen guten Crossbow, ne? Ne, ich habe eine relativ gute Armbrust. Das geht. Okay. So, ich crafte hier nochmal kurz durch, damit ich... Das ist nicht so ein spezielles Ding ums Pflanzenwachs? Den Tower nochmal nach oben, Level 105, den nehme ich. Alter, 105 ist schon lecker. Und was hast du schon Produktives gemacht heute? Nach 32 Minuten aber, Dicco. Nach 32 Minuten. Ja, aber gut Ding will Weiler haben. Guter Frosch braucht Zeit. Wenn du nach Hause kommst, kann ich dir zeigen, was ich gebaut habe. Ja, deinen komischen Aussichtsturm da, Alter. Ich meine, was Produktives. Ja, auch noch was anderes. Mein Argin wird angegriffen, bekommt irgendwie 27 Schaden. 29. 30. Oh ja, noch mehr sogar. 38 Wände. Aber jetzt kann ich schon mal... Okay, Frosch ist down. Ich muss meinen Argi retten. Komm her, Argi. Frage ist, was bringt er mit? Was ist das noch für ein Frosch? 45. Ja, aber durch den Biber sind die Ressourcen jetzt so... So lecker. Man hat gar keine Probleme mehr. Nice, Brudi. Nice. Scheiße, scheiße, scheiße. Schnell, weg in die Blutegel. Aufsteigen. Nicht verkacken, Deko. Nicht verkacken schon wieder. Ich dachte, dem Argi folgt irgendwas. Aber da ist nichts. Okay, dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch Prime Meat aus dem Argi. Haben wir. 12 Stück. Oh, Prime Meat, Digga. Das Prime Meat steckt ja auch jetzt. 13 aber nur. Ja, aber immerhin. Ja. Dann ist die Haltbarkeit verdreizehnfacht. Ein Prime Meat, 23%, äh, 53%. Das ist lecker. Scheiß Blutegel. Fickers, Alter. Möchtest du dazu lernen und den eben einpacken in Spikes? Nein, der ist in zwei Sekunden getamed. Okay. Der braucht keine Spikes. Nein, das ist hier komplett übertrieben, wäre das ja. Gleich schon wieder. And it's gone. Was ich brauchen könnte, wäre jetzt auch Fisch für dich. Ja, würde ich nehmen. Ist aber nicht so super wichtig. Der BL-Z-Bufo ist getamed. Wie nenne ich ihn? Ich nenne erst mal wieder F... Nee, Froggy hatten wir schon. Froggy gibt's schon, genau. Ähm, wie ist der Frosch von Pokémon? Das Frosch-Pokémon? Gibt es einen Frosch-Pokémon, Bruder? Keine Ahnung. Ist sogar ein Wasserstarter. Ah, ein Starter, Bruder. Ich komme mit der... Die höchste Version ist... Irgendwas mit Jutsu. Jutsu. Ja, ist so ein Ninja-Frosch. Froxy heißt der. Und es gibt auch noch Quaxo. Quaxo? Ich nenne den Froxy. Aber Froxy ist Platzhalter, Muchachos. Gebt mir Vorschläge für den Frosch. Level 157, Marvin. Kraul mal die Nüsse. Das ist schon ziemlich lecker. Alter, der ist ja voll auf HP gegangen. Der hat 15.000 HP... Nee. 1.500. Na gut. Kann ja noch besser werden. Ähm... Aber er hat 6.750 Nahrung. Okay, ziemlich scheiße. Ist ein guter. Ist ein guter. Wie viel Nahrung hat er? Wie viel was? Wie viel Nahrung hat er? Sehr viel. 6.750. Und er hat 930 Ausdauers. Das ist gut. Das ist ein hoher Wert. Aber er hat nur 300% Nahkampfschaden. Das ist nicht so viel. Shit, ne. Ist wirklich nicht so geil. So. So. Ich habe einen Level Up mit dem Agentarwist. Der geht auf Gewicht. Jetzt schnappe ich mir hier den Foxy, der mir perfekterweise folgt. Und deswegen im Kreis von mir wegläuft, während ich versuche ihn zu greifen. Pst. So, Foxy ist an der Angel. Ich komme jetzt heimwärts und muss unterwegs noch ein paar Fische suchen für Marvin. Ja, und dann zeige ich dir, was ich gemacht habe in der Folge. Und dann kannst du mir nochmal zeigen, was du gemacht hast in der Folge. Perfekt, oder? Ich lasse den 157er Frosch für mich sprechen. Und der ist alles, was wir brauchen, weil der wird uns mit Zement versorgen. Ergo mit Polymer. Also, sehr wertvoll. Shit, da komme ich nicht mehr hin. Leck mich. Alter, was ist das? Was ist das? Das sind Tapejara? Sieht wirklich merkwürdig aus. Von der Form her dachte ich, die wären anders. So. Hier haben wir wieder einen schönen sauberen Fluss. Hier müsste es irgendwo Fische geben. Irgendwo hier war dieser krasse Riesensaber-Tooth. Salmon. Ich habe drei an der Zahl. Drei Blutegel in meinem Arschloch. Oh, das ist einiges, ja. Oh, da muss ich gleich nochmal hin. Gehen sich wohl bei mir auf jeden Fall. Die Randjags geben auch Fisch, ne? Ich glaube schon, ja. Oh, und hier ist so ein Riesenviech. Zeig mir dein Riesenglied. Alter. Er springt aus dem Wasser. Dann kann ich den vielleicht mit dem Argi abbauen. Ja. Ja. Alter. Alter. Ja. Wie viel Fisch brauchst du? Ah, so 20. Ich habe 1100. Ich habe 1100. Alter, was? Ich sage ja Riesenfisch, Alter. Das ist wirklich einiges. So, hier sind auch nur weiße Drops. Ja, also ich fände es cool, wenn wir irgendwie die Dropwahrscheinlichkeit erhöhen würden. Das ging mir bestimmt hin. Also für hohe Drops. So, reicht die Höhe? Alter. Das war hier richtig krass AP, Alter. Ja, weil es so heiß ist, ne? Ja. Okay, Digga, ich bin fast gestorben, um es zu merken, gell? Also, der Turm ist schon ordentlich weit. Den werde ich in der nächsten Folge finalisieren. Das kann ich schon mal sagen. Aber, boah, Digga, komm erst mal nach Hause. Schau dir den Turm an. 1300 Meter noch. Bin unterwegs. Schau, ob das irgendwie von der Größe so passt. Agentar ist Level-Up. Ein bisschen würde ich natürlich noch da reingehen. Und dann haben wir den größten Turm, den wir bisher in Ark hatten. Wir hatten schon einige Türme. Wir haben noch nie einen Turm gebaut. Ey, natürlich. In Folge 1 war das, glaube ich. Also mindestens in Folge 1. Ja, wir haben uns keine Mühe gegeben, irgendwie einen Hohenturm zu bauen. Wir haben nur einen Turm gebaut. Ich glaube, da haben wir einen Hohenturm gebaut. Warte mal. Einfach nein. Einfach nein. Alter. Boah, das sieht schon alles aus. Digga, hier ist ein richtiger Königsfelsen, Alter. Hier müssten wir bauen. Beim grünen Obelisken, Alter. Richtig kranker Königsfelsen. Aber das muss ich ja nochmal... Ist hier drunter sogar einen Höhleneingang? Einsammeln. Schade, das wäre geil. Stell dir mal vor, einfach eine Base zu bauen. Über dem Höhleneingang. Das wäre loottechnisch schon ganz schön nice, ey. Das wäre wirklich ganz schön nice. Komm mal her, du kleinen Lappen. Bin gleich tot. Obergeil. Ich hab noch 500 Meter. Komm doch mal her, du Lappen. Egal, ich seh jetzt schon die Treppen, Alter. Okay, also... Schön ist der nicht, ne? Natürlich ist der schön. Einer von den Mouchouches hat geschrieben, du sollst mal mit den Dreiecken so ein Achteck bauen und nicht so einen stumpfen, viereckigen Ekelturm. Hä, das sieht aus wie so ein Gargamel-Turm, so richtig geil. Gargamel, richtiger Bauprofi, Alter. So, komm nach unten. Ich sterbe jetzt gleich echt, Alter. Ich hab alles ausgezogen, ich bin trotzdem heiß. Aha, dann musst du vielleicht kurz tauchen gehen. So, hier ist der Frosch, das hab ich geleistet. Ich hab noch 3 HP oder so, ich sterbe gleich. Okay, ich geh mal kurz mich abkühlen. Digga, selbst unter Wasser? Okay. Selbst unter Wasser ist es mega, mega, mega warm. Wirklich ein bisschen unlogisch. Digga, wie warm ist es denn gerade? Wir haben... Digga, und es ist gerade mal 38 Grad warm, Brudi. Warte mal. Ich bin gestorben. Sehr schön. Haben wir eigentlich ein Bett hier, ja, ne? Ähm. Ne. Hier unten haben wir gar kein Bett, krass. Wir haben echt kein Bett. Ich dachte gerade, ich kann hier respawnen, aber ne. Warte mal, dann mach ich doch mal. Aber oben müsste ein Bett irgendwo sein, oder nicht? Können wir da irgendwie... Fasern... Polymer fehlt? Oh, okay, dann müssen wir ein normales Bett herstellen. Was krieg ich hin? Wird einfach oben respawnen. Ne, ich hab ein Bett jetzt fertig gebaut. Warte, stelle ich kurz hin. Erstmal hier einfach in die Ecke. Erstmal hier hin. Oh, warte schön. Aber ich krieg auch ordentlich da Magio, Brudi. Shit, ey. Ich hab mich schon komplett ausgezogen, Alter. Ich hab so viel Schaden bekommen, ne? Da bin ich wieder. Hallo? Dann komm mal nach unten. Ich muss mein Zeug hier erstmal holen. Oh, alle Beeren sind schon weg? Krass, ey. Okay, wir haben irgendwelche Dinos, die hier ordentlich Beeren verschweißen. Oh, die Pflanzenfresser, meinst du? Ja, ja. Und machst sogar. Okay. So, Proxy ist da. Wo ist mein Leich jetzt? Ist ihm das Wasser gefallen? Ja. Ne. Ich hab alles. So ein Restaurantklo, Alter. Oder so ein Hotelklo. Von so 12-Sterne-Hotel, Alter. Geil, ne? Ist geil. Ist nicht geil. Ich würde sich jetzt noch kacken. Genau. Denn eine Sache wollte ich gerne testen. Haben wir vielleicht irgendeinen Dino, der gerade geschissen hat? Leider auch nicht. Weil wenn du da Scheiße reinwirfst, weil das Ding ist ja voller, voller Fleisch. Wenn du da Scheiße reinwirfst, dann soll wo alles Insta vergammeln. Hörte ich. Aber ich kann nicht kacken gehen. Ich muss kacken. Ich hab grad nachgeschaut, mein Shortcut wäre O. Ja, meiner auch. Auf O passiert nix. Bei mir leider auch nicht. Ja, es wäre richtig geil, wenn wir einfach so 200 Fleisch und einen Schlag vergammeln lassen könnten. Deswegen, warum kacken denn unsere Tiere nicht, Alter? Was ist denn los mit denen? Alarm im Darm. Wir müssen vielleicht mal so ein Kack-Dino holen. Die ist bei uns damals übrigens immer Paluten. Hashtag NoFront. Keine Ahnung warum. Ist echt NoFront, aber... Oh, ich hab einen Kackhaufen dabei. Ich hab einen mittelgroßen Kackhaufen. Oh. Kein Plan, wo ich den mitgenommen habe. Ich hab ihn. Meinst du reinschmeißen, oder soll ich den reinlegen? Einmal reinschmeißen. Oder reinlegen, reinschmeißen. Ich kann nix... Kackhaufen kann ich nicht rüberziehen. Nein, da muss man wirklich darauf sich setzen und dann kacken. Scheiße, Mann. Aber wir können nicht kacken. Warum können wir nicht kacken? Das ist aber ein großer Kackhaufen, würde ich eher sagen. Ein mittelgroßen Kackhaufen, ja. Eieiei. Nee, aber damit können wir nicht arbeiten. Schade. Ja, wir müssen da irgendwie reinscheißen. Wenn ihr ne Ahnung habt, wie wir das ändern, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Genau, weil es funktioniert leider nicht mit dem Shortcut. Gerne mal in die Kommentare brezeln. Dankeschön für einen Support. Und das sollte es auch für heute gewesen sein. Also, wir sind echt gut vorangekommen, ne? Ja, aber das ist eine längere Folge auf jeden Fall. Oh, alter Schwede. Stimmt, die Muchachos, die sind auf jeden Fall gierig unterwegs. Das wird's nicht immer so geben. Daumen rumballern. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis denn. Eingehauen. Ciao, ciao, Muchachos. Bis denn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020